yes ladies and gentlemen gröts miteinander bevor wir uns dem eigentlichen thema widmen möchte ich von euch gerne wissen ob euch dieses video format überhaupt gefällt also wenn es nice findet gebt einen daumen hoch falls ihr denkt diese videos gehören in den virtuellen abfall einen daumen nach unten ernsthaft freunde ich möchte gerne von euch wissen ob euch gescriptete videos gefallen damit ich weiß ob ich diesen style überhaupt weiter pushen soll oder nicht was für eine rolle spielt eigentlich die genetik wenn es um muskelaufbau und eine starke physik geht eine frage die viele von uns beschäftigt und viele von uns teilweise als ausrede nutzen warum der 18 jährige hans bereits nach sechs monaten fitnessstudio aussieht wie ein panzer während andere in ihrem alter für denselben fortschritt zwei jahre benötigen uns ist ja allen bewusstes hartes training disziplin die richtige ernährung und eine ausreichende regeneration zentrale und wichtige rollen einnehmen wer sich dazu entscheidet sich auf seinen talenten auszuruhen wird niemals große fortschritte muskelaufbau verzeichnen können das ist das abc einmal eins die grundlage das fundament die basis und first base des bodybuildings oder wie wir in der schweiz zu sagen fegen des garste werden obwohl es also bewegungstechnisch gesehen eine gemeinsame voraussetzung gibt der sich jeder bodybuilder hobbyathlet oder körperarchitekt bewusst sein muss gibt es nun mal unterschiede in der genetischen veranlagung und diese unterschiede sind demenz und definieren ob man mr olympia oder mr nolympia material besitzt dies jetzt als ausrede zu benutzen wäre zwar fehl am platz jedoch lassen sich oftmals rapide gains vom myostatin ausbremsenden genetic freaks erklären wohlgemerkt ohne beihilfe von anführungs und schlusszeichen kreatin oder anabolic chicken wings aus kuwait dwayne the rock johnson zum beispiel ist auf diesem foto nicht älter als 20 und man kann bereits seine ausgeprägte muskulatur am bizeps und die brutale spannweite seiner schultern erkennen dorian yates zeugt ebenfalls von premium genetics auf diesem foto als natural pumpe auch bei ronnie coleman und schlussendlich auch beim terminator schwarzenegger sind die begebenheiten für überdurchschnittlichen muskelaufbau vorhanden die anzahl an studien über die genetik beim muskelaufbau ist in einer vielzahl vorhanden und zeigt dass empfänger der segnungen für brutale gains immer ein schritt voraus sind wenn dein name weder schwarzenegger the rock dorian yates oder ronnie coleman ist dann machte kein kopf jeder kann seine physischen grenzen ausloten und einiges erreichen wenn die sportlichen voraussetzungen gegeben sind renne dein eigenes rennen und vergleiche deinen fortschritt nicht mit jemand anderem schießt zu messen um zu verstehen wo man steht ist sicher eine gute praxis schlussendliches kompetitives denken beim mann besonders stark ausgeprägt jedoch darfst du dich nicht entmutigen lassen genauso wenig sollte man auf andere hinabsehen wenn man dank einer starken genetik weit voraus ist der spruch hard work beats talent existiert nun mal nicht umsonst das war's ladies and gentlemen abonniert den youtube channel falls ihr neu seid like das video falls euch gefallen hat dislike falls nicht mein name ist gregory jemaili von lebestark bis zum nächsten mal peace out